Ben, ich hab Mist gebaut. Das hab ich mir jetzt fast gedacht, so ey. Das wär ja alles nicht so schlimm. Es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Das ist toll. Was? Was? Hast du nie weh? Wie der Hirn ist schwanger, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Was heißt, bitteschön jetzt, Boy? Was? Übersetzen wir mal mit Boy? Leila, pass auf. Wir machen mal eine Frau. Willst du nur eine Rostelle, bitte? Ich wär gar nicht als schwanger geworden, dass ich mal davon bin. Aber ich kann auch mein Kind nicht so einfach aufgeben. Ich auch nicht. Kann ich irgendwas machen? Ich rede mit dir. Ich hab sie allein gefasst. Du warst nur mal zwei Minuten weg. Das mein ich nicht. Ich hätte sie unterstützen müssen von Anfang an. Wenn mir das alles nicht passiert, was bin ich denn für eine Mutter? Die Beste, die man sich wünschen kann. Zoe weiß das. Du bist nicht allein. Das ist verdammt, wir werden. Baby. Es gab Komplikationen, aber wir konnten die Kleine retten. Ich habe die Kleine retten. Das ist nicht witzig. Ich habe nur ein Blatt, ich habe die Was ich? Ich bin mir gut. Ich habe nur einen Blatt, und ich habe nur einen Blatt, und ich habe auch einen Blatt. Das ist das projected. Ich bin mit der Dose. Ich kann die Dose. Ich bin mit der Dose. Ich bin mit der Dose. Ich bin mit der Dose.